Jules Verne Die Abenteuer des Kapitän Hatteras Erster Band 24. Kapitel Vorbereitungen für die Überwinterung Die südliche Halbkugel ist kälter im Verhältniß zur gleicher Breite der nördlichen, aber die Temperatur des neuen Kontinents ist noch um 15 Grad niedriger als die der anderen Welttheile, und in Amerika sind die Gegenden, welche unter der Benennung Kältepol bekannt sind, die fürchterlichsten. Die mittlere Temperatur des ganzen Jahres ist nur 2 Grad Fahrenheit unter Null, – 19 Grad Celsius. Die Gelehrten, deren Ansicht der Dr. Cloverny in dieser Hinsicht teilte, haben dies folgendermaßen erklärt. Ihnen zufolge kommen die Winde, welche in Nordamerika standhaft herrschen, aus Südwest, vom stillen Ozean her, mit einer gleichmäßigen und erträglichen Temperatur. Aber bis sie zu den Polarmeeren gelangen, müssen sie über das unermeßlich schneebedeckte Gebiet Amerikas streichen. Dadurch werden sie kalt und breiten dann ihre eisige Stränge über die Nordpolgegenden. Hadras befand sich am Kältepol, noch über den von seinen Vorgängen gesehenen Gegenden hinaus. Demnach war er auf einen fürchterlichen Winter gefaßt, auf einem mitten im Eis steckenden Schiff mit einer zum Aufruhr geneigten Bemannung. Er entschloß sich, diesen Gefahren mit gewohnter Energie trotz zu bieten. Vor allen Dingen ergriff er mit Johnsons erfahrenem Beistand alle für die Überwinterung notwendigen Maßregeln. Seiner Berechnung nach war der Vorwart 250 Meilen weiter, als das letzte bekannte Land liegt, nämlich Neukornwallis, fortgetrieben worden. Er steckte in einem Eisfeld wie in einem Granitbett, und keine menschliche Macht vermochte ihn daher herauszureißen. In diesen weiten Meeren, auf welchen der Polarwinter lastete, war kein Tropfen Wasser mehr frei. Die Eisfelder erstreckten sich in unabsehbarer Ausdehnung, aber ohne gleichförmige Oberfläche. Im Gegenteil, zahlreiche Eisberge starrten auf der Eisfläche empor, und der Vorwart befand sich an einer Stelle, die auf drei Seiten von den höchsten derselben geschirmt war, nur dem Südost offen stand. Aber es waren nicht Felsen, die eine hübsche Bay schirmten, keine Wiesen und Waldesgrün, kein fließendes Wasser, vielmehr, welche Verödung, welch düstere Natur, welch kläglicher Anblick. So fest das Schiff steckte, so mußte es doch mit Ankern tüchtig gesichert werden. Man mußte sich auf Eisbrüche oder unterseeische Wogenbewegungen gefaßt machen. Als Johnson diese Lage des Vorworts und am Kältepol erkannte, beobachtete er noch strenger seine Überwinterungsmaßregeln. »Wir werden strenge Tage bekommen,« sagte er zum Doktor, »da sehen wir, was der Kapitän für Glück hat. Am widerwärtigsten Punkt des Erdballs sich einklemmen zu lassen, boah, wir werden sehen, wie wir aus dieser Loth herauskommen.« Der Doktor war in seinem Inneren ganz vergnügt über diese Lage. Er hätte sie gar nicht mit einer anderen tauschen mögen. »Am Kältepol überwintern! Welches Glück!« Zuerst befaßten sich die Leute mit äußeren Arbeiten. Die Segel blieben an den Stangen befestigt, wurden nur in ihre Schutzhülle geschlagen. Man zog die Masten nicht heraus, und das Elsternest blieb an seiner Stelle. Es war eine natürliche Warte, nur das laufende Takelwerk wurde abgenommen. Es wurde notwendig, das Eis um das Schiff herum aufzuhauen, da der Druck ihm schadete, welche die auf beiden Seiten gehäuften Eisblöcke in hohem Grade ausübten. Nach einigen Tagen war die mühevolle Arbeit getan, und man untersuchte den Kiel. Er hatte keinen Schaden gelitten, nur seinen Kupferbeschlag fast ganz verloren. Als das Schiff frei war, hob es sich um fast neun Zoll. Der Doktor beteiligte sich bei diesen Arbeiten. Er handhabte geschickt das Schneemesser und erhielt die Batrosen bei guter Laune. Er belehrte und lernte. Er billigte sehr die Anordnungen in Beziehung auf das Eis um das Schiff herum. »Nun können wir auch,« fuhr Johnson fort, »ohne Sorgen eine Schneemauer bis zur Höhe des Plattbord aufführen, wenn wir wollen, zehnfustig.« »Ein vortrefflicher Gedanke,« versetzte der Doktor, »denn Schnee ist ein schlechter Wärmeleiter, und die innere Wärme wird so leicht nicht entweichen.« »Sie haben recht,« erwiderte Johnson, »wir errichten eine Schutzwand gegen die Kälte, aber auch gegen reißende Thiere, wenn sie Lust bekommen sollten, uns zu besuchen. Wenn die Arbeit fertig ist, schneiden wir in die Schneemassen zwei Treppen, die zum Vorder- und Hinterteil des Schiffes führen, und begießen sie mit Wasser, wodurch dieselben Steine hart werden.« »Vortrefflich,« erwiderte der Doktor, »und man muß gestehen, es ist doch ein Glück, daß die Kälte, Schnee und Eis erzeugt, d.h. ein Schutzmittel gegen dieselbe, sonst würde man sehr in Verlegenheit geraten.« In der That sollte das Schiff unter einer dichten Eisdecke verschwinden, welcher es die Erhaltung seiner inneren Wärme verdanken wollte. Es wurde aus dicker, beteerter Leinwand ein Dach über das Verdeck in der ganzen Länge des Schiffes gefertigt und mit Schnee bedeckt. Auch reichte diese Leinwand zur Deckung der Seiten des Schiffes ziemlich weit herab. Da das Verdeck gegen jede äußere Einwirkung geschützt war, wurde es ein wahrer Spazierplatz. Es wurde mit einer Schneelage von zwei und einem halben Fuß bedeckt, und dieser Schnee wurde festgestampft, daß er sehr hart wurde, und so das Ausströmen der Wärme des Inneren hemmte. Über denselben breitete man eine Lage Sand, der verhärtet eine Kruste bildete. In der Nähe der Brick machte man eine Feuerstätte, ein kreisrundes, in das Eisfeld gegrabenes Loch, einen Schacht, den man stets zugänglich halten mußte, in dem man jeden Morgen das an seiner Mündung gebildete Eis zerbrach. Sie mußte dazu dienen, Wasser vorrätig zu halten, sei es für den Fall eines Brandes oder zum Baden, welches als Gesundheitsmaßregel für die Mannschaft angeordnet war. Man war selbst darauf besorgt, um Brennmaterial zu sparen, das Wasser aus tieferen Schiffen schichten, wo es weniger kalt ist, zu schöpfen, und bediente sich dafür eines von den Gelehrten Arago angegebenen Apparates. Gewöhnlich entfernt man während der Wintermonate alle den raumeinengenden Gegenstände aus dem Schiff, um über größere Räume zu verfügen, und hebt sie am Lande in Magazinen auf. Aber was in der Nähe einer Küste ausführbar ist, wird bei einem Schiff, das auf einem Eisfeld ankert, unmöglich. Im Inneren des Schiffes war Vorsorge getroffen, um die Hauptnachteile dieser hohen Breiten, Kälte und Feuchtigkeit, zu entfernen. Die letztere ist noch mehr zu fürchten als die erstere, denn dieser widersteht, jener erliegt man. Da der Vorwort zu einer Fahrt in die Polarmeere bestimmt war, so hatte er die beste Einrichtung für ein Winterquartier. Das große Zimmer der Mannschaft war verständig eingerichtet, man hatte Winkel, wohin sich zuerst Feuchtigkeit zieht, vermieden, denn bei niedriger Temperatur bildet sich, zumal in den Ecken, über den Scheidewänden eine Eisschichte, die, wenn man sie schmilzt, eine beständige Feuchtigkeit erzeugt. Kreisrund wäre der Saal noch zweckmäßiger gewesen, aber doch mußte er, durch einen räumigen Ofen geheizt und gehörig gelüftet, ganz wohnlich sein. Die Wände waren mit Dammhirschfällen, nicht mit Wollstoffen tapeziert, denn in der Wolle verdichten sich die dünnste, wodurch die Luft mit Feuchtigkeit erfüllt wird. In dem Hinterdeck wurden die Zwischenwände weggeräumt, so daß die Offiziere einen gemeinsamen Saal bekamen, der größer und luftiger war und mit einem Ofen geheizt wurde. Vor diesem Saal sowie vor dem der Mannschaft befand sich eine Art Vorzimmer, wodurch ihm aller unmittelbarer Verkehr nach außen entzogen wurde, so daß die Wärme sich nicht wieder verlor und man allmählich aus einer Temperatur in die andere überging. In den Vorzimmern ließ man die beschneigten Kleider, und für die Füße zu reinigen waren außen Kratzeisen angebracht, damit nicht irgend gesundheitsschädliche Elemente hineingebracht würden. Leinende Schläuche dienten, Luft einzuführen, um den Oefen Zug zu geben, andere führten die Wasserdämpfe hinaus. Außerdem waren in den beiden Sälen Kondensatoren angebracht, welche die Dämpfe einsogen, anstatt sie in Wasser sich auflösen zu lassen. Man nährte sie zweimal wöchentlich, und sie enthielten manchmal einige Schäffel Eis. Vermittels dieser Luftschläuche regelte man das Feuer leicht und vollständig. Eine kleine Quantität Kohlen reichte hin, um in den Sälen eine Temperatur von 50 Grad Fahrenheit und 10 Grad Celsius zu erhalten. Doch sah Hatteras, nachdem er seinen Kohlenvorrat hatte ausmessen lassen, daß er bei größter Sparsamkeit nicht für zwei Monate mehr Brennmaterial hatte. Es wurde ein Trockenraum eingerichtet für die Kleidung, welche oft gewaschen werden mußte, denn an der freien Luft konnte man sie nicht trocknen, weil sie sonst hart und zerbrechlich wurde. Ferner wurden die feineren Teile der Maschine sorgfältig herausgenommen und in einer hermetisch beschlossenen Kammer verwahrt. Die Lebensweise an Bord wurde ernstlicher Überlegung unterzogen, von Hatteras sorgfältig geregelt und das Reklimat in dem gemeinschaftlichen Saal angeheftet. Die Männer standen um sechs Uhr früh auf, die Hängematten wurden dreimal wöchentlich an die Luft gebracht. Der Fußboden beider Zimmer wurde jeden Vormittag mit warmem Sand gerieben. Bei jeder Mahlzeit wurde heißer Tee gegeben, und die Speisen wechselten möglichst nach den Wochentagen. Sie bestand aus Brot, Mehl, Rindschmalz und Rosinen für Puddings, Zucker, Kakao, Tee, Reis, Zitronensaft, gepökeltes Rind und Schweinefleisch, Kohl und Gemüse in Essig. Die Küche lag außerhalb der gemeinschaftlichen Säle. Damit entzog man sich zwar ihre Wärme, aber das Kochen erzeugt auch fortwährend Dünste und Feuchtigkeit. Die Gesundheit der Menschen hängt sehr viel von der Art ihrer Nahrung ab. Unter so hohen Breitegraden muß man so viel wie möglich tierische Stoffe verzehren. Der Doktor hatte bei der Abfassung des Programms die erste Stimme. Man muß sich an den Eskimos, welche ihre Unterweisung von der Natur bekamen, ein Beispiel nehmen. Wenn die Araber, die Afrikaner sich mit einigen Datteln und einer Handvoll Reis begnügen können, so muß man hier essen und viel. Die Eskimos verzehren bis zu zehn und fünfzehn Pfund Öl täglich. Wenn diese Nahrung ihnen nicht behagt, so müßten wir zu Stoffen greifen, welche reich an Zucker und Fett sind. Mit einem Wort, wir bedürfen Kohlenstoff, also machen wir Kohlenstoff. Wie es zuträglich ist, Kohlen in den Ofen zu schieben, so dürfen auch wir nicht versäumen, den kostbaren Ofen in unserem Leibe mit diesem Stoff zu versehen. Neben dieser Speiseregel wurde der Mannschaft die strengste Reinlichkeit auferlegt. Jeder mußte alle zwei Tage ein laues Bad nehmen, ein vortreffliches Mittel, die natürliche Wärme zu bewahren. Der Doktor ging mit seinem Beispiel voran. Anfangs tat er es, obwohl es ihm sehr widerlich war, aber er gab dieses Vorurteil bald auf, denn es macht ihm die Gesundheitsmaßregel sehr behaglich. Wenn die Leute bei großer Kälte an der Arbeit oder auf der Jagd auswärts waren, mußten sie sich besonders hüten, daß einzelne Glieder vom Frost litten. Trat ein solcher Fall ein, so beeilte man sich durch Reiben mit Schnee die Blutzirkulation wiederherzustellen. Außerdem trugen die Leute sorgfältig wollende Kleidung über den ganzen Körper, Kapotröcke von Dammhirschfell und Hosen von Robbenfell, welches gegen den Wind vollständig schützt. Die verschiedenen Einrichtungen und Herstellungen an Bord nahmen etwa drei Wochen in Anspruch, und man kam ohne besonderen Zwischenfall zum 10. Oktober. E.A.P. Productions E.A.P. Productions Vielen Dank.